Wir starten in diese neue Arbeitswoche mit einem besonderen Tag. Wir feiern nämlich heute unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Ich selber, ich habe einen Rosenkranz schon seit einigen Jahren immer um meinem Handgelenk und werde immer wieder daran erinnert, doch vielleicht auch mal den Rosenkranz zu beten und wenn es auch nur ein einziger Durchgang ist. Das Rosenkranzgebet, das ist ein meditatives Gebet, das verkörpert wichtige Stationen des Lebens Jesu. Parallel zum Psalmgebet im Brevier der Priester und in den Klöstern entwickelte sich das Rosenkranzgebet als das sogenannte Laienbrevier. Heute ist das Rosenkranzgebet ein Bittgebet. Der Name Rosenkranz, der weist noch auf die ursprüngliche Bedeutung hin. In der Zeit des sogenannten Minnegesangs brachte man seiner Dame oder unserer lieben Frau einen Blumenkranz oder ein Minnegedicht als Gabe dar. Das nannte man Rosarium. So wurde der Rosenkranz ursprünglich als Minne-Dienst verstanden. Seine jetzige Form erhielt er im 15. Jahrhundert. Verbreitet wurde dieses Gebet unter anderem natürlich durch verschiedene Orden, besonders durch die Dominikaner. In den Bedrohungen der Türkenkriege rief Pius V. zum Rosenkranzgebet auf als Dank für den Sieg in der Seeschlacht bei Lepanto im Oktober 1571. Übrigens am 7. Oktober führte er das Fest Maria vom Sieg ein, das nach dem endgültigen Sieg dann bei Ungarn als Rosenkranzfest auf die Kirche ausgedehnt wurde. Ja, und der gesamte Oktober steht ja auch im Zeichen des Rosenkranzes. Und jetzt beten wir unser Morgengebet. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mut dein Lob verkündet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ein schöner Ros im Heiligen Land blüht in dem Paradiese. Den Engeln ist sie wohl bekannt. Ihre Farb ist rot und süße. Sie übertrifft die Sonne Glanz. Ihr Schein erleuchtet dem Himmel ganz auf wunderbare Weise. Die schönste Rose, die ich mein, die alle Welt erfreut, bist du, Maria, Jungfrau Rhein, von Gott gebenedeit. Du, Gott des Vaters Tochter bist, du wahre Mutter Jesu Christ, du Braut des Heiligen Geistes. Drum kein Geschöpf im Himmel ist, die Jungfrau zu vergleichen, denn du nach Gott die Höchste bist, all Schönheit muss dir weichen. All Engel in dem Himmelssaal, die Lieben heilgen allzumal, die ihre Palmen reichen. Das Kantikum aus dem Jesaja Brief 2 Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn aus Jerusalem, sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Flugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung kommt heute aus dem Hohelied. Wer ist, die da erscheint wie das Morgenrot, wie der Mond so schön, strahlend rein wie die Sonne, prächtig wie Himmelsbilder? Wort des lebendigen Gottes. Und so beten wir nun den Lobgesang des Zerarias, das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarme mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seiner Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gott und Vater, du hast uns erschaffen, damit wir Tag für Tag im Licht deines Angesichts leben. Wir rufen zu dir. Lass uns fest im Glauben gegründet sein und stets darin wachsen. Hilf uns beten in der Kraft deines Geistes. Lass uns festhalten an deiner Liebe. Guter Gott, höre unsere Bitten. Der Herr hat mit seinen Jüngern zusammen gebetet. Dieses Gebet ging um die Welt, geht um die Welt, wird tagtäglich millionenfach gebetet und auch wir reihen uns ein in diese große Schar an Menschen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Montag. Heute Nachmittag beten wir natürlich auch wieder gemeinsam unser Abendgebet hier im Podcast bei PodPray. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ich freue mich da sehr drüber, wenn noch weitere zu unserer in Anführungsstrichen Fangemeinde hinzukommen. Gerne einfach mal bei WhatsApp und Co. teilen. Und nun lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Höre auf die Fürsprache der seligen jungen Frau Maria und führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit und Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen. Gott segne unsere Hände, die sich ihm entgegenstrecken. Mögen sie bereit sein zu guten Werken. Das ist euer neues Magazin mit News und Tönen, aus der Stadtkirche. Die Probstheiferei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps. Und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen. Ich freue mich,